Neue Lärmflusswände schon geschmiert Diesmal bin ich für eine Woche alt Allerdings die Lärmflusswände die Lärmflusswände durchgehen und dann wir gehen erst mal am Riebemann entlang hier rechts nach vorne Genau Ah, jetzt geht es noch ein bisschen weiter Das sind aber neue die Lärmflusswände die Lärmflusswände hier sowieso aufgereiht Wir sind jetzt über in Düsseldorf 15.30 Uhr sprich 2 Stunden Arbeiten im Raum und wir brauchen vielleicht 10 Kilometer 15.15 Uhr und das dreht auch sehr stark hier in Düsseldorf und ich gebe die Lärmflusswände über die Lärmflusswände zumal das dreht und das mit einem Wiener bis zumal bis zumal bis zumal bis zumal bis zumal bis zumal Vielen Dank für's Zuschauen.